Assalam'alaikum, Muchachos! Herzlich Willkommen zurück zu Rainbow Six Siege Raked. Auf Konsulat unterwegs, auf dem offiziellen Server natürlich, zusammen mit Mabossa Hallihallo. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-babybell, was geht? Wir kämpfen uns Richtung Platinum wieder. Dass wir am Abschluss der Season nochmal ordentlich am Platinum-Eiern lutschen können. Oh je, wir sind auch schon Gold 1 jetzt. Also es fehlen glaube ich, ok ich weiß es nicht, ich glaube 200 Punkte sind das von Gold 1 bis Platinum 3. Also das sind ungefähr, ah, das ist schon noch ein bisschen was, wenn ich überlege, wie viele Punkte bekommen wir? 30, 25, irgendwie sowas. Abo, muchachos! Darf, lassen wir uns nicht abschrecken. Platin, wir bekommen zwar eh die Platin-Anhänger, weil wir diese Season schon mal Platin waren, aber wir wollen natürlich am liebsten auch am Ende der Season Platin sein. Das wär super schön! Das wär super, super nice! Und ich hab richtig Bock, dann nächste Season mit einem neuen Rainbow Six Account anzufangen. Und den Account quasi von Null an hochspielen. Das wär sexy, Alter. So einen Account hätt ich gerne malen. Wobei, dann ist auch wieder, eigentlich brauch ich zwei von diesen Accounts, weil man zockt ja immer noch anders, wenn man in der Aufnahme ist. Dann bräuchte ich eben so einen Account, mit dem man in der Aufnahme aufnimmt. Ja genau, das ist so ein Account, wo man einfach nur abends privat noch zockt. Wobei dann ist auch wieder nur abends so privat privat zockt. Dann bräuchte ich so einen Account, wo man nur tryhard dort zockt und nicht aufnimmt und so. Dann nur vor so Elo. Dann könnte man mal gucken, was man so erreichen kann. Okay. Aber, nichtsdestotrotz, nächste Season werden wir hundertprozentig mit neuen, freshen Accounts hier anfangen. Digga, wo sind die denn eigentlich? Irgendwer ist gerade nach vorne gelaufen. Die sind unten auf jeden Fall. Okay, weil... Irgendwer ist in den Wieser gelaufen. Ich weiß auch nicht, ob sie Archiv oder Garage sind. Guck mal eben nach, hier kommt der Puls an. Ja, schau mal bitte nach. Das wäre gut zu wissen. Mein Problem ist, dass ich jetzt gerade hier vor meiner Nase irgendwo den Puls habe. Und mich reinspringen kann deswegen. Hier auf der Wendetrippe war Puls. Ja, ich will. Wo ist er? Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt nur wissen, wo ich... Ich mache ihn. Loil? Wo sind die? In der Garage? Ach, schief sind sie nicht. Sind sie nicht? Sind sie vielleicht oben? Loil, Garage sind sie auch nicht. Dann sind sie oben. Loil. Okay. So, aufgemacht. Dann gehen wir schnell durch die Toilette. Puls am Stairs, Puls am Stairs. Echt, der Stairs? Der war hier auf den Yellow Stairs zumindest. Hast du ihn? Nein. Einen habe ich hier erwischt. Aber ich glaube, der Puls müsste nach unten sein. Oh fuck. Okay, ich gehe in meinen Klo-Aufenthalt. Capture haben wir schon? Ne, ich glaube nicht. Gehst du da lang? Ja, ich habe aber schon zwei Dudes gekillt. Und der Kill auf den Dock muss ich aber eben anmerken. Der war sexy. Ich gehe mal ganz kurz um meine Cam. Puls haben die noch und Mira. Okay, wir haben... Ich denke, der Puls könnte aber nach unten sein. Ja, hier haben wir die Mira. Nein! Ich wollte ihn! Ich wollte ihn greifen. So war es so ein Rugging. Digger, du hast sie markiert. Ich dachte schon, okay, ich gehe jetzt rein. Dass sie gerade nach hinten weggelaufen, als ich sie gesehen habe. Und dann dachte ich, juhu. Ja. Kam sie ans Fenster. War scheiße für sie. Drei Kulz! Dafür gibt es erstmal... Oder Jäger. Jäger war auch mal so dein Ding. Ja, aber Jäger habe ich glaube ich hier so gut wie... Also zumindest... Ne, ich glaube ich habe hier meistens Dock gespielt am Archiv. Okay. So, wir schmeißen noch direkt eine Trap. Gehen auch direkt nach oben. Ach so, ne. Der wird ja hier was haben. Boop. Oben, 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 dann hört man dich loben. Habe ich jetzt von der... Da bist du erst dran? Kriegst gleich noch eine. Please. Kriegst gleich mehrere, Mann. So, hier machen wir. Okay, so habe ich Platz. Und jetzt machen wir den Drop noch zu. Also, ich will nur anmerken, dass glaube ich hier im Raum noch nichts verstärkt wurde. There is not even one reinforced wall in the room. Was? Keine einzige. Digga, ich muss den Drop noch zu machen. Leute, die haben IceCard nichts gemacht oder was? So, das war ja gerade ein Schwerpunkt. Wow. Jetzt wird hier verstärkt. So, hier noch was hin. Hier, was hin? Der ist auch hier kein Platz. Digga, wo ist der gestorben? Wir machen den Doppelschlauch. Leute, woran ist der Dieb gestorben? Freue ich mich auch gar nicht. Digga, wo ist Carlos? Digga, und der scheiß... Der scheiß Vigil ist auch schon fast da. Digga, wo ist der denn? Da oben ist der Carlos. Wow. Der ist ja auch hier unten im Raum gestorben, glaube ich sogar. Ja, der ist hier im Raum gestorben. Hä? War der von da gekillt oder was? Achso, das war der Puls. Oh nein. Doch, meine ich. Gut. Ich habe irgendwo bei Kitchen was gehört. Das ist, glaube ich, in eine Trap von dir getreten. Hast du noch einen gehabt in Twitch? Äh, nee. Okay. Aber hier rechts ist einer. Ich glaube, der Doppel im Raum ist gerade aufgegangen. Ja. Hab ich. Aber nur gegen zwei, das ist gut. Alter, was ist denn hier? Ist der Dopp aufgegangen? Nee, ist er nicht. Hä? Was war denn das für eine Explosion? Der versucht, da einen Nate durchzuschmeißen? Keine Ahnung. Okay, Garage. Ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt keine Lust. Achso, wenn du. Okay. Du kannst noch. Nee, kannst du nicht. Doch, kannst du. Du kannst sterben. Wohin ist was? Woa! Windeltripp ist was? Ja. Ich habe gerade einen Nate angezogen. Der Zunge, er läuft. Nein, in der Küche ist einer. Aber ich habe da ordentlich Craps noch. Also, lass sie ruhig kommen. Lass sie ruhig kommen. Kommen sie, kommen sie. Ich will noch Assist haben, deswegen warte. Ich hatte zwar nur einen Kill bekommen, aber, Bouchardos, es muss ja jemand dev-peeren. Irgendwer muss ja dev sein. Lol. Alter, warum nötest du mit Granate? Ah, okay. Zum Glück war die Froster noch. Mit Schalldämpfer. Komische Wahl. Aber hat gelauft. Hm, hat gelauft. So, ich nehme wieder zu vier, weil zu vier, ich weiß nicht warum. Zu vier gibt es ja schon Ewigkeiten. Die vorletzten, die zugefügt wurden, ne? Äh, ja. Und ich habe die eigentlich nie großartig beachtet, aber auf einmal finde ich sie geil. Auf einmal ist sie richtig schön. Tankstelle spawnen. Mabossa spielt Hibana. Das heißt, Drops öffnen können wir auch. Ich denke auch mal, dieses Mal werden sie nach unten gehen und nicht wieder nach oben. Ja. Aber kicken wir mal, Muchachos. Sind sie wirklich euch hier? Ich denke, also sie haben gerade Verwaltungsbüro ja auf die Schnauze bekommen. Deswegen denke ich, dass sie jetzt archiv gehen werden und versuchen irgendwie safe nochmal was zu holen. Oder zumindest safe her. Gerade hier, mal vor Wiese Eingang. Leider ist meine Drohne jetzt weg. Weil ich mich versichern wollte und du bist... Äh, Schutzbarrikade. Wau, 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 wau. Oh, warte mal, wenn er es da hinten zumacht... ...und versuche ich hier auf jeden Fall noch den Typ umzubringen. Nein, fuck. They have frost. Ja, da müssen wir drauf aufpassen. 25 Punkte für mich. Okay. Oh, Frost. Irgendwer ist anscheinend noch im Visa-Büro. Erstmal eben eine Drohne reinfahren. Da geht immer mal Bescheid. Ja, hat Frost markiert. Die ist ganz hinten Visa-Büro noch. Auf, Leute nach oben. Okay. Frost just walked upstairs. Hier ist es. LOL. Euer Ernst? Hier wo? Herr Finger, haben uns gerade die Treppe runtergegangen. Ist tot. Digga, wo ist die Frost? Digga! Die ist bei den Servern. Nimmt ihr die gerade nicht ein? What the fuck, Alter? Wow. Egal, da war ich der Dummy. Ich habe jetzt die ganze Folge nichts gesehen. Hey, ich wollte gerade sagen. Warum? Du hast die doch sogar gesehen. Wow. Aber ihr wollt wahrscheinlich nicht sehen, dass das komische... LOL. Zwei gelieft bei denen. What? Was zum Teufel. Waren die eben gerade? Nein, die waren zu fünf gerade eigentlich. Weiß nicht, aber wir haben auf einmal ja schon gecaptured und da waren... Es ging auf jeden Fall rucki zucki. Okay, dann... Hm. Verwaltungsbüro, nämlich leaschen. Digga, aber die sind nur zu... Okay, ich gehe mal nicht einloggen. Vielleicht kommt noch was wieder. Ja, ich warte auch gerade noch. Okay. Nein, leider nein. Hoffen wir mal, sie kommen jetzt innerhalb der Runde wieder. Sonst wäre das ziemlich... Oh, das ist ja schon nett. Ich war jetzt, ne? Ja. Zu dritt, jetzt gewinnen. Bei meiner Lieblingsposition. Aaaaaaah. Ich war's auch. Die ersten drei Blutes bei uns im Team haben... Geht, geht. Ah, ah, ah. Ich punkte, ich brauche Drohnen. Hier hauen wir was hin. Oh, der hinten haben wir was hin. Oh, der hinten haben wir was hin. Ja, das heißt, der muss auch keine Drohne sein. Hallo? Keine Drohne mehr, die ich zur Haftzeit kaputt machen kann? Ist das alles? Okay. Ah. Das wird jetzt Harry für uns ein Gegner. Mal sehen, ob sie jetzt YOLO spielen und ob sie es noch echt versuchen. Cams checken. GG. Da hat ich meine rausgebirge bei uns und einen Kill geholt. Hier läuft noch was rum. Markiert. Okay. Lass ihn! Reloading! Wir müssen ablenken. Das tue ich so, als würde ich hier lang laufen. Alter! Wir verlieren gerade, kann das sein? Nein, verlieren wir nicht. So, jetzt sind bei uns einer gelieft. Digga, was ist denn hier los? Das ist immer noch ranked. Was ist falsch bei euch? Kann man absamen, von wo ist hier der Blackbird hoch? Ja, mach mal. Okay, alle Stairs habe ich abgesichert. Ist das da, ist das draußen oder ist das einfach nur... Oh, hier kommt der Blackbird. Geh los, der ist. Nein, Blackbird hat mich. Ah, Klo ist er. Er ist aber halb down. Ja, halb down. Und da hinten kommt auch der Flash. So, der Flash rastet dich. Okay. Ja, markiert. Ah. Ah. Nein! Nein! Aber ich kann es aus einer wunderschönen Sicht hier oben filmen können. Ich hätte es einfach unten hinlegen. Digga, es ist ein 3 zu 4 und Matchball und was? Was ist das für ein Game, Alter? Okay, dann werde ich jetzt wieder Hardcore Tryharen. Vakery habe ich gerade auch nur so gepickt, um einfach Camps für euch zu holen. Ich habe gerade so YOLO überlegt, ob ich vielleicht Flash picke, Blitz picke und einfach YOLO Rhyne rusher. Aber, gut Charges, wir wollen das hier jetzt Tryhard beenden. Tankstelle, auf geht's. Rasur. Okay. Ja, ja. Matchball! Schon wieder. Aber, eins muss man den anderen lassen, ne? Also, ich hätte nicht gedacht, dass die Runde gewinnen. Aber da hat auch jeder YOLO-T. Ähm, das Ding ist jetzt natürlich, ähm, ich dachte, das wäre eine Krankheit von den, wow, shit, von den TTE-Servern. TTE-Servern? Ja, von den Technical Test-Servern. Aber leider scheint es auch hier auf den Official-Servern so zu sein, dass die Leute aber auch liefen und abhauen, wenn sie Bock haben. Ja, drei Lieber in einem Ranked-Game. Passt zum Fick, Alter! Okay. Also, auf jeden Fall, das ist, äh, Archiv wieder, ne? Ja. Sieht so aus. Ich bin, Tankstelle bin ich. Okay, sind nur zu dir. Die sind nur zu dritt. Also, wenn man sich jetzt am Anfang direkt weg, äh, quitschen lässt, dann könnte das eigentlich klappen. Ja. Warte, lauf durch. Spring da durchs Fenster, ich drohne für dich. Ui. Ist clear, du kannst rein. Hier sind irgendwo Vigils jetzt, der Vigils. Da ist er. Warte, ich komme. Wuh! Bin fast tot, viel Leben nur noch. Wo ist er? Er ist rechts gewesen. Pass jetzt von hinten auf. Habe ihn. Ja, ich lauf jetzt hier lang. Hallo. Viel Leben, wer ist er? Digga, wer ist viel Leben? Digga, wer ist viel Leben? Siehst du, dass du hier jetzt durchrushed? Mach ich. Und mindestens zwei Killzuhlst. Oh oh. Oh oh. Ist da hinten jemand? Resettet haben wir? Irgendwo bei den Servern, auf den Servern. Oh, da ist auch ein Schild, ey. Aber ich sehe ihn da. Digga, dieses Schild bringt einfach mal gar nichts. Es bringt einfach null. Ich will nochmal sehen, wie ich gestorben bin. Rock. 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 Digga, was ist hier los? Aber ich sehe keinen Freund mehr von Blöds, ey. Einfach keinen Freund mehr von ihm. Unaimed. Ich hätte ihn auch messern können eigentlich. Marvel sagt ja immer, messer ihn doch. Ich sage immer, schießen ist sicherer. Und Schottschuss. Das Ding haben wir gewonnen. Ich bin jetzt ehrlich zu euch. Ich weiß nur nicht genau, wer die Folge bringen. Wenn wir sie bringen, dann liegt es einfach daran, dass wir nur noch wenig Zeit haben, bis es nach L.A. geht. Und wir natürlich auch dann begrenzte Aufnahmezeit haben, jetzt noch neue Folgen zu machen. Deswegen muss man vielleicht nochmal mit so einem Ding, so ein Ding hinnehmen, was ja am Anfang immerhin auch trotzdem gut für uns lief, wo wir aber zwei gelieft sind. Muchachos, ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, reingehauen. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao.